Ja hallo, Gear und Ausrüstungsfreunde, herzlich willkommen zum diesjährigen Charity-Aktion zugunsten von SeaShepard Deutschland. Und wir beginnen hier gleich mal mit dem heutigen ersten kleinen Versteigerungsset, welche folgenden Artikel beinhaltet. Wir haben hier dieses schöne große Martini aus Finnland. Das sind diese ganz feinen Filetiermesser, wohl dann eher was für einen Angler. Sicherer, rutschfester Griff, sehr leicht, natürlich rostfreier, scharfer Stahl, made in Finnland. Schön alles auf der Klinge, das Ganze in robuster Kunststoffscheide, klar, mit der ganzen Geschichte mit Wasser, vielleicht sogar Salzwasser. Ist das eine saubere Angelegenheit. Mit dabei ist dann noch ein neues, feines Abziehbrett, hier einmal mit einem rauen Leder und einem ganz feinen. Da kann man das Ding natürlich schön mit der Razor-Sharp bringen. Und noch so ein kleines Entdecke, den Waldfibel mit dazu. Dann sollte man abends länger noch am Bach oder Weiher sitzen. Noch einen kleinen Lightstick. Und hier gibt es auch noch ein schönes neues Lanyard Armband. Hier so ein Paracord Bracelet. Da habt ihr im Notfall auch immer noch ein bisschen Paracord-Schnur mit dabei. Die Aktionen funktionieren wie immer. Ich werde hier unter diesem Video einen extra Kommentar zu diesem Set machen. Und in dem Fall Angler Set 1 drunter schreiben. Und unter dem könnt ihr dann die Gebote abgeben mit dem Start des Videos. Die Videos starten über morgens um 6 Uhr und laufen bis abends 20 Uhr. Und dann schauen wir, wer das höchste Gebot hat. Und er bekommt dann dieses Set. Porto braucht ihr keins mit drauf rechnen. Das heißt, euer Endpreis ist euer Setpreis. Das Porto geht bei diesen Charity-Aktionen wie immer auf Fubor Forest Films. Das übernehme ich. Das ist sozusagen auch mein Beitrag dazu, hier immer das Porto zu finanzieren. Also Freunde, dann wünsche ich hier schon mal am ersten Abend tagsüber viel Spaß beim Mitbieten. An der Stelle nochmal ein recht herzliches Verbetskort an den Stefan von Stefan 1, 2, 3, 3, 2, 1. Von dem hier das Anglermesser und das Abziehbrett und das Paracord-Armband stammt. Okay, Freunde, dann würde ich sehen. Sagen, sehen wir uns heute Abend um 20 Uhr und schauen mal, wer hier mit dem ersten Set das Rennen gemacht hat. Ich sage an der Stelle schon mal danke fürs Reinceppen. Wir werden kommentieren und supporten. Und bis heute Abend und dann wieder morgen früh mit dem nächsten Video, mit dem nächsten Set geht es weiter. Also Freunde, ciao, viel Spaß, bye bye, euer Elbli. Macht's gut.